Hier hat sich hier nochmal reihofft ja, also hier seht ihr, einen sogenannten Nagel-Rusor nach Hause zu ziehen, der dann als Sextor noch in das Achtete Mal gekommen ist. Also die Achtete Mal ist jetzt dazu und das rechnet so lang, dass praktisch der Astbesetzte, der Rassian Schlegger, ist die Nummer 6. Die kommen dann aus dieser Sprungfolge, die sich jetzt als Festgebung 2 im Hochschluss jetzt brauchen. Und der Kuppe 7 oder 8 noch, die kommen auf 9. Wo sieht denn das Sonntelfinale aus? Und dann geht es wirklich, dass das gemacht wird. Wir hoffen, dass dann auch der Wetterkanzler mal ein bisschen Platz abmessen. Und die Höhe vom Stadtfest kommt von der Sprungfolge ein. Weil das hier feststellt, ich wollte auch niemanden. Bei DPP-16, ich weiß nicht mehr, das würde ich mich mal vorstellen, wie das kommt folgt. Das DPP-16 ist bei allen nicht so stark gesetzt, wie unser Feuerschutz-Festikonierer heute. Und dann das noch mal. Und dann geht es noch mal auf den Maestro-Wortporn. Und dann geht es jetzt. Ja, das ist gut. Vielen Dank. 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 Thanks. 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 Oh, my. Vielen Dank.